Ein deutscher Schäferhund sollte für den Polizeidienst ausgebildet werden, um Bösewichte zu jagen oder die ein oder andere Sache zu erschnüffeln. Doch ganz egal, was die Polizeiausbilder mit ihm versuchten, sie schafften es einfach nicht, ihm beizubringen, aggressiv zu sein. Der kleine Welpe mit dem Namen Gevel, zu Deutsch Richterhammer, war einfach zu lieb. Er entpuppte sich als überaus liebenswürdiger Begleiter, ist höchst kommunikativ und mag es sehr, neue Freundschaften zu schließen. Der Governor des Bundesstaats Queensland beschloss dem Vierbeiner, einen passenderen Job zu geben. Gevel ist nun der tierische Repräsentant der Landesregierung und soll als zusätzliches Empfangskomitee für Gäste aus aller Welt fungieren. Na, wenn das mal keine tierische Beförderung ist.